Der diesjährige DAAD-Preis wird an Sigit Prastowo verliehen. Sigit Prastowo wird für sein Engagement als Vorsitzender der indonesischen Studentenunion Bonn ausgezeichnet. Dann kommt eine Liste, die Sie gewinnen und die DAAD-Preis. Ich glaube nicht, dass ich diesen Preis gewonnen habe, denn ich bin sicher. Es gibt viele Kandidaten viel besser als ich. Seit 2012, die indonesischen Studentenunion in Bonn wählen mich als der Chef. Die Aktivitäten der Union sind Sport, Musik und unsere Kultur der indonesischen Kultur. Wir informieren, wie die Studenten kommen zu Deutschland. Wir versuchen, eine Gemeinschaft als Familie zu entwickeln. Wir haben ein paar Ideen und Probleme. Ja, das macht uns wie eine Familie hier.